Hallo und herzlich willkommen bei Lanz kocht. Wir kochen gerade. Eigentlich kocht Nemo, weil der kann kochen und ich tue so als könnte... Was kochen wir denn Nemo? Wir kochen alternative Scheiße. Schmeißt einfach alles was du hast in die Panne. Machst Nudeln oder Reis dazu und dann kippst du das da rüber und dann hast du irgendwas was eventuell ganz lecker schmeckt. Mit Vasilikum? Wir haben jetzt drei ... klein geschnitten. Die als erstes in diesen Rama Zeugs. Ist übrigens unser Sponsor für dieses Video. Angebraten. Dann haben wir Paprika. Ich schmeiß das immer dann in. Der muss immer was daneben. Ja, damit ich das später dann nur probieren kann, wenn es kalt ist. Genau, der mag, wenn es so anrostet neben der Pfanne. Tomaten und ein bisschen Lauch. Und dann haben wir hier noch Peter, der da rein kocht. Und Gewürze. Die Rezepte gibt es zum Nachkochen auf www.judyversal.de Nein, so eine Website gibt es nicht mehr. Bei uns gibt es nicht einfach so Pizza, nur weil wir zocker sind. Auch weil die Pizza eigentlich geliefert wird, wenn sie welche bestellen. So wie gestern Abend. Wir haben Pizza bestellt gestern und sie kam irgendwie nicht. Mysteriöserweise, bis wir angerufen haben und es hieß ... Nach einer Stunde macht sie noch Spaß. Ja, wir haben die Pizza als den Müll geworfen. Weil wir unter der Nummer, die sie hinterlassen haben, niemanden erreicht haben. Und wir haben geklingelt, es hat keiner aufgemacht. Wir waren natürlich die ganze Zeit hier. Kann ja passieren. Ich bin mal eine Pitzkabel. Ich bin schlimmer als Schwabe. Ich bin schlimmer als Schwabe. Oh, man darf nicht mehr. Jedenfalls werden wir jetzt kochen, dann fressen, dann planen wir auf jeden Fall die Videos, die wir noch in den nächsten Tagen ... Ja, die werden wir drehen. Und ... Wir werden ganz tolle lustige Videos drehen. Ja, die wir euch im letzten Vlog schon angekündigt haben, aber bis jetzt noch nicht gemacht haben, weil ... Wir waren so busy gestern, waren wir so beschäftigt, wir haben so viel zu tun. Ja, mit Hungern, wir konnten gar nicht filmen, weil wir hier über den Boden gekrochen waren und hier die komische Kekse auffuttert haben. Moment. Die hier waren echt lecker. Ich verstehe gar nicht, was die Jungs haben. Die waren super. Ich meine ... Möhren, aktivierte Mandeln, goldgelbe Leinsaat, Chiasaat und Moringa Pulver. Das schmeckt gut. Das war's, oder? Das war's, oder?